Hallo, ich bin's wieder, Bolle Bonsai. Ich hab mir Wildlife Park 3 geholt, weil ich finde diese Zoosimulation total klasse. Man kann Tiere züchten, man kann neue Tierarten bestaunen und ich hab keine Ahnung, wie man das Spiel spielt. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mit einer Kampagne an. Ich hab den zweiten Teil gespielt und auch durchgespielt und es war klasse und es war super. Ich hab mir noch diese ganzen Zusatz-DLCs gekauft und so und davon habe ich natürlich nicht alles durchgespielt, aber es war schon toll. Ist jetzt aber alles schon wieder eine Weile her. Ich würde sagen, wir fangen von vorne an das Praktikum, um wirklich zu schauen, wie funktioniert dieses Spiel, wie ist die Steuerung. Ich hab mal ein bisschen reingeschaut und habe nichts geschnallt. Deswegen auf in das Praktikum. Willkommen in Südafrika. Du bist wohl der neue Praktikant. Ich bin Enrique und leite hier die Personalabteilung. Es ist schön, dass jemand von so weit her angereist kommt, um mehr über die Haltung afrikanischer Wildtiere zu erfahren. Denn manchmal habe ich das Gefühl, dass alle jungen Menschen nur noch Fußball im Kopf haben. Tja, Fußball. Ich. Auf keinen Fall. Bewegungsmuffel. Schlecht hin. Naja, außer Fahrrad fahren, ne? Ich fahre gern Fahrrad, tja. Wir sind hier erst im Aufbau, aber mein Chef hat große Pläne. Seit seiner letzten USA-Reise schwärmt er fast ständig von den tollen Tierparks dort. Komm dazu doch mal ganz nah zu mir. Tipp. Benutze das Mausrad, um näher heranzuzoomen. Ja, du siehst schon sehr vertrauenswürdig aus. Ich muss unbedingt wissen, wie du riechst. Hi. Boah, du bist... du bist ein Bauchredner. Andererseits haben wir hier solche Investoren auch dringend nötig. Denn früher hat der Staat noch sehr viel Geld in die Erhaltung der reichhaltigen Tierwelt gesteckt. Jetzt aber scheint es so, als bräuchte man das ganze Geld für Erhaltung der vielen Fußballstadien, die neu gebaut wurden. Das ist cool. Spiel ist voll gegen Fußball. Niederle mit dem Fußball. Aber genug davon. Ich möchte dir etwas zeigen. Bitte folge mir. Tipp. Benutze das Mausrad, um herauszuzoomen und bewege die Maus an den Bildschirmrand, um Enrique zu folgen. Alternativ kannst du auch die Pfeiltasten auf deiner Tastatur benutzen. Äh, wo ist er denn? Da ist er. Äh, bei dir schneit's. Hallo, Enrique. Das ist voll schön, ey. Bis jetzt haben wir noch keine Raubtiere angesiedelt, da diese schwieriger zu halten sind als Pflanzenfresser. Ich möchte dir unsere Tiere zeigen. Folge mir bitte weiter. Tipp. Benutze die Pfeiltasten oder bewege die Maus an den Bildschirmrand. Ich benutze gerade die Pfeiltasten. Das ist einfacher. Das ist so selten, dass man noch die Pfeiltasten nutzen muss. Sieh mal dieses Gehege. Kommst du aus einer Stadt? Dann dürften dir diese Zebrastreifen vielleicht bekannt vorkommen. Spass auf der Seite. Das ist Bianca, unser Zebra-Baby. Oh, süß, ey. Bianca, hallo, ich bin hier. Bianca. Ging die Scheibe klopft. Hey, Bianca, ich bin hier. Okay, Enrique, was muss ich jetzt tun? Bianca ist erst vor ein paar Wochen zur Welt gekommen und leider hat ihre Mutter die Geburt nicht überlebt. Du sollst lernen, mit den schutzbedürftigsten Tieren sorgsam umzugehen. Deshalb kümmern wir uns zuerst um Bianca. Okay. Hm, so ein Job. Wie jetzt? Lass uns sehen, wie es Bianca geht. Immer wenn du ein Tier anwählst, erscheint rechts unten eine Liste über den aktuellen Gefühlszustand und die Bedürfnisse des Tieres. Wenn ich es anwähle, kann ich es einfach verhungert. Bianca hat Hunger. Das ist wie bei Gras, Bianca. Zebras sind wie alle Huftiere ausgeprägte Herdentiere. Wir wollen deshalb Bianca in unsere Zebraherde integrieren. Vielleicht findet sie dort auch eine Ersatzmutter, an der sie säugen kann. Setze Bianca doch bitte in das benachbarte Zebragehege. Am besten in die Nähe der Tränke. Tipp, wähle ein Tier an und klicke dann auf Aufnehmen, um ein Tier an einen anderen Ort zu tragen. Meinst du, ich schaffe das, das ganze Zebra hier darüber zu tragen? Und was heißt, rüber muss ich jetzt, wo muss ich jetzt hin? Warte mal, wir scrollen mal raus. Oh, eine Nuckelflasche. Okay, wir haben es ja in der Hand. Aber wo müssen wir die hinpacken? Das sind keine Zebras. Das ist voll schön gemacht, oder? Voll toll. Hier möchte ich auch gerne mal... Ah, hier sind die anderen Zebras. Okay. Aufnehmen? Ha! Tada! Oh nein, das trinkt doch jetzt nicht von der... Nein, wie süß ist das denn? Oh, das trinkt richtig an der anderen... Oh, es ist süß! Toll! Guck mal. Nuckel, nuckel, lecker. Milch, 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 Prima! Okay, Enrique, haben wir erledigt. Und jetzt? Hm. Enrique redet nicht mehr mit mir. Schön, die vergessene Zeit einzustellen. Was soll ich denn jetzt tun? So, vielleicht muss ich die nochmal auswählen. Gut gemacht. Zieh dich doch ruhig mal um in unserem Park. Wir haben ein weiteres Gehege mit Gazellen. Genau. Was soll ich hier tun? Ach ja, falls du damit fertig bist oder mal nicht weiter weißt, über den blinkenden Schalter hier oben kannst du mehr über deine anstehenden Aufgaben erfahren. Blinkender Schalter... Ah, der hier oben. Gut, du möchtest also wissen, wo es jetzt lang geht. Ja. Hier siehst du alle deine anstehenden Aufgaben übersichtlich dargestellt und auch, wie weit du sie bereits erfüllt hast. Im Moment erwartet dich Sarah, die Landschaftsarchitektin des Parks, neben dem Gazellengehege. Versuche sie zu finden. Boah. Äh. Ah! Hallo! Hallo! Ich bin Sarah und kümmere mich hier um den Ausbau des Tierparks. Du kannst mir gerne helfen und dabei lernen, wie man artgerechte Gehege gestaltet. Hallo Sarah! Mensch, du hast aber schöne grüne Augen. Ähm. Ja. Gehege zu gestalten ist eine der kreativsten, aber auch anspruchsvollsten Aufgaben in einem Tierpark. Es macht richtig Spaß, seine Gestaltungsideen umzusetzen. Aber wir müssen natürlich auch auf die individuellen Lebensweisen unserer Gehegebewohner achten. Okay. Ich möchte dir zunächst anhand des Gazellengeheges zeigen, wie man ein Tiergehege optimal einrichtet. Gut. Die wichtigste Einrichtung in einem Tiergehege sind die Futtervorrichtungen. Ja, das stimmt. Es gibt sie für verschiedene Futterarten und zum Teil auch in verschiedenen Größen und Höhen. Welches Futter eine Tierart benötigt, kannst du über die Anwahl eines Tieres erfahren. Über den dann ganz rechts unten erscheinenden Schalter Details erfährst du alles Wichtige über die Tierart. Wahrscheinlich hier? Ha. Okay. Sehen sie nicht süß aus. Okay, ähm, gut. Ähm, Sarah, was jetzt? Pflanzenfresser könnten sich zwar auch über die Bepflanzung im Gehege ernähren, aber dazu bräuchten wir riesige Gehege, die schwer zu bewirtschaften sind. Lass uns also eine passende Futtervorrichtung für die Gazellen aussuchen. Diese findest du im Bereich Gehegeeinrichtungen oben links. Gehegeeinrichtungen. Gut, ich scroll mal wieder raus. Danke, Sarah, erst mal. Und so. Oh, wo blinkt's da? Wir haben das Gazellengehege bisher nur mit Tränken ausgestattet. Wähle deshalb nun die passenden Futtervorrichtungen für unsere Gazellen aus und setz sie in das Gazellengehege. Es ist ganz wichtig, dass du sie so platzierst, dass Tiere und Tierpfleger von allen Seiten gut herankommen. Um ein Objekt zu kaufen, klicke auf den Kaufen-Button im Baumenü. Kaufen-Button? Was brauchen die denn jetzt? Okay, also die wollen Steine essen. Mir mangelt es an Mineralien. Ich würde mich gerne an etwas kratzen. Ich würde mich gerne paaren. Ich würde gerne über ein geeignetes Hindernis springen. Also wir brauchen was für die Mineralien. Da würde ich sagen, der Stein. Eine Salzlecke. Und das ist völlig egal, wo der hinkommt, weil die Tierpfleger müssen da nicht ran. Machen wir das da hin. Wuhu! Und schon rennen die da hin. Yeah, eine Salzlecke! Yeah! Oh, wo ist da? Ja, wie manche da hinrennen und manche die anderen so... Oh, ja. So, jetzt... Was will das jetzt hier noch? Möchte sich an etwas kratzen. Ähm... Das ist springen. Hier unten steht manchmal, was man damit machen kann. Also das hier zum Beispiel zum springen. Der Fels ein bisschen zu groß ist. Der Stein sieht auch gut aus. Okay. Was ist das am springen? Das scheint nicht... Ah, guck mal. Die brauchen so einen Stein. Aber was ist das da gerade drüber gesprochen? Stein. Dekoration. Und... Ja. Da! Die springen da rüber. Geil. Okay. Hüpf! Man soll nicht über Kreuz springen. Das bringt Unglück. Was brauchen die noch? Also die sind ja jetzt mit... Also das reicht denen ja jetzt. Und die wollen sich an etwas kratzen. Der Baum stammt vielleicht. Nö. Hier. Gäst. Kratzen. Sieht echt viel schöner aus als früher. Und ich mach denen noch so einen Stein. Ne. So einen Stein. Oh, dann können die sich auch dran kratzen. Ist ja geil. Hier. So ein Ass zum Baumstamm zum springen. Wackeln die mit dem Arsch dran? Oder? Was sind denn Futter... Also was... Was fressen die denn? Woran sehe ich denn, was die fressen? Gräser. Gräser und Mineralien. Dann... Brauchen wir... Gras, oder? Hier. Butterkorb. Packen wir den... Wo ist denn der Tierpfleger? Da ist der Tierpfleger. Packen wir das da hin. Der müsste sich ja gleich der Tierpfleger in Bewegung setzen und versuchen das aufzufüllen. Beweg dich! Wir haben das gerade sehen, wie wir es den hinbetrieben haben. Okay. Er tut nichts. Okay. Los! Geh! Füll auf! Okay. Den Tieren geht es mittlerweile echt gut, aber der füllt den nicht auf, der Sack. Blätter. Die wollen Gräser. Mach mal eine Futterkrippe mit Gräser. Na, das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Ach. Echt? Ein Tierpfleger wird die Futtervorrichtung nun auf. Ach ja, das füllst du auf, aber das nicht, oder wie? Äh. Ja, füllen. Ach ja, jetzt auf einmal. Gut. Na, das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Wie gesagt, Sarah. Gut. Dann gucken wir doch mal, was sie noch will. Kann man nicht irgendwie vorspulen? Oh, so geil, so ein Jeep, ey. Oh, ich freue mich schon, meinen eigenen Park bauen zu können. Schau mal, jetzt haben die alle Hunger und rennen voll oft an diesem Scheißding da vorbei. So eine Tränke. Aber das ist cool gemacht, also ich meine, früher brauchten diese Gärtner und so, die brauchten ihre eigenen Häuser und jetzt kannst du den Gärtner an sich, den Typen einfach irgendwo hinstellen und der macht das dann einfach, füllt das einfach auf, braucht kein Haus mehr, braucht kein Lager, hat alles in seinen kleinen Eimerchen drin. Praktisch. So ein Hermine-Eimer, nicht Beutel, sondern, weißt du, so eine Tasche, die endlos ist. Cool. So, Sarah, Sarah, ich brauche eine neue Aufgabe. Was muss ich als nächstes tun? Sarah, 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 Sarah. Wenn du eine der Gazellen anbildst, wirst du auch sehen, dass zu einer ausgewogenen Ernährung auch Mineralien gehören. Versuche deshalb auch gleich noch zwei Salzlecken im Gazellengehege unterzubringen. Achte wieder auf einen ausreichenden Abstand zu den anderen Einrichtungen und zum Gehegerand. Oh, hier gibt es verschiedene Exemplare. Machen wir die doch mal da hin. Hey, hey, hey. Haben wir gemacht. Weiter geht's, Sarah. 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 Achso, ich muss jetzt die Gazelle an sich nochmal anklicken. Hab ich. Und durchgecheckt. Die brauchen nichts mehr. Sarah, ich bin fertig. Ich bin fertig, denen geht's gut. Sarah. Sarah. Ja, hier. Sarah. Sarah. Sarah antwortet mir nicht. Na gut. Während ich jetzt darauf warte, dass Sarah mir endlich mal antwortet und dass es weitergeht, machen wir erstmal eine kleine Pause. Und ja, gleich machen wir weiter. Bis denn. Tschüss.